Ich weiß noch, wie wir alle hier angefangen haben. Es war hart. Das Brot war schwer verdient. Dieses Land verdankt seine Größe hart arbeitenden Männern. Vergessen wir nicht, wer unsere Freunde und auch nicht, wer unsere Feinde sind. Hör auf, diese kleine Poata zum Umgang. Sie ist jetzt nun mal in meinem Bus. Was soll ich denn machen? Sie ignorieren. Wir wissen doch alle, wie diese Poatas sind. Willst du mit ins Kino? Na klar. Simeon, du wirst ab sofort im Kino in Patutai fernbleiben. Wieso? Weißt du, dass du mich manchmal an ihn erinnerst? An Großvater. Männer kämpfen um das, was sie wollen. So läuft es auf der Welt, Simeon. Du bist noch kein Mann, Junge. Großvater will nur, dass du stark wirst. Er ist streng zu denen, an die er glaubt, Simeon. Zu den Kindern, aus denen wirklich etwas werden kann. Glaubst du, du kannst diese Familie zusammenhalten? Ein Mann tut alles für seine Familie. Sonst ist er nichts. Also, wir können uns die Beine zusammenhalten. Bis nicht höchst. Untertitelung des ZDF, 2020